Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zum ersten Real-Life-Video oder Real-Life-Video hier auf dem Kanal-Trader-Kanal. Eigentlich habe ich angeteasert, es soll jeden Tag ein Gaming-Video und ein Gaming-Video kommen. Mit dieser Sequenz komme ich momentan noch nicht gut klar. Bis jetzt kam ein Gaming-Video, dann kam noch ein Gaming-Video und jetzt kommt ein Gaming-Video. Und ich glaube auch heute wird kein Vlog kommen dafür, weil es momentan alles super stressig ist. Ich hoffe trotzdem, ihr habt eine entspannte Weihnachtszeit und habt ein bisschen mehr Freizeit und könnt chillen. Ich kann es momentan. Ich hoffe, es wird sich in den nächsten Tagen regeln. Also mein Ziel ist auf jeden Fall ein Gaming-Video, dann kam noch ein Gaming-Video und jetzt kommt ein Gaming-Video. Und was auch immer. Plus ein Gaming-Video oder in Zukunft sogar zwei Gaming-Videos und ein Vlog zu machen. Also so wie die alte Frequenz, da möchte ich wieder hinkommen. Momentan ist es erstmal so schwer, weil ich vor allem später noch die Waro-Sachen fertig mache. Das heißt, ich habe zusätzlich hierzu noch trotzdem Waro geht weiter. Und es ist momentan alles einfach zusätzlich noch ein bisschen stressig, könnt ihr ja vorstellen. Das Video wollte ich eigentlich schon am ersten Tag machen und es geht hier darum, einmal ernsthaft eure Kommentare zu lesen und darauf zu antworten. Kein Vlog. Dafür habe ich mir jetzt ganz viele Kommentare rausgesucht. Ich habe viele von uns selber gelesen. Und würde einfach sagen, fangen wir an. Das erste Kommentar kommt von Nano Nils und er schreibt... Respekt. Den Kommentar habe ich mir deswegen rausgesucht, weil ich nochmal unbedingt daran erinnert werden wollte. Und vor allem das Krasseste, was ich noch krasser finde als alles andere, sind Gaming-Video. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Weiter geht es mit... Ich habe ja in meinem Eingangsvideo gesagt, ich möchte jetzt mal für Psychos meine Videos sehen. Danke, Simon. Da wird man nicht weit kommen. Holt euch diese... Ja, vielen Dank. Ab und zu sage ich mal ein böses Wort. Danke, Simon. Er ist nicht immer ganz kinderfreundlich hier. Also, ich bin schön. Du hast es auf den Punkt gebracht. Und vielen Dank. Ja, willkommen in der Raupen-Abe, würde ich sagen. Ich denke mal, er meint sowas wie Allah, aber nicht wie Allah. Also wie Gott. Und auch nicht Gaming-Video oder so. Auch dir ein herzliches Willkommen in der neuen Raupen-Armee. Ja, bist nicht nur genauso alt wie ich, sondern hast auch sehr viele ähnliche Interessen. Freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ja, ich kenne es gut, wenn man viel Scheiß erlebt. Ich habe auch in meinem Leben schon einiges erlebt. Die Brudis. Juten Abend, Simon. Ich heiße Marius und bin 14 Jahre jung. Ich mag dich, weil Baum. PS, ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Wenn man nicht weiß, was man schreiben sollte, eben nochmal. Ich danke euch für die enorme Unterstützung. Ich freue mich richtig darüber. Ich werde heute Abend noch einen Livestream machen. Das heißt, leider haben wir da noch die URL-twitch.tv-ungespielt. Werdet ihr allerdings noch die pitch.tv-ungespielt kommen. Und da wird es heute Abend ein Livestream geben. Ich werde ein bisschen live zocken. Vielleicht mit ein paar anderen YouTubern zusammen. Irgendwas, worauf ich Bock habe. Counter-Strike, Minecraft oder Minecraft 1 von den drei Spielen. Wird auf jeden Fall rankommen. Da bin ich mir sicher. Also, falls ihr Bock drauf habt, kommt vorbei. In der Link. Link ist in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freut es mich riesig. Haut rein. Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch. Und willkommen zum ersten Real-Life-Podcast.